Herr Klopp, Patrick Herrmann war ja relativ schwer zu verteidigen bei den beiden Toren für Ihre Mannschaft. Er hat ja jüngst seinen Vertrag in Gladbach verlängert. Jetzt können Sie es ja verraten, hat er vielleicht irgendwann mal bei Ihnen eine Rolle in Ihren Überlegungen gespielt, ihn mal nach Dortmund zu holen? Nö. Aber ich glaube, Sie haben es trotzdem geschrieben mehrmals. Das ist ein außergewöhnlich guter Spieler. Super gradlinig, geduldig genug für den richtigen Moment. Nicht so wahnsinnig viele Spielanteile gehabt, aber in den entscheidenden Momenten war er voll dabei und dementsprechend ein klasse Spiel.